Wer ist Antimichaelis? Ich bin ein verkleideter Ninja. Was sind deine Hobbys? Ich male gern, lese gern und höre gern Musik. Und wenn nur Hobbys, man, das ist so schwer. Ich bin... Als Kind wusstest du, die sind aus dir rausgesprudelt, wenn du fragst, was sind deine Hobbys? Fahrradfahren oder was auch immer. Und jetzt überlegt man, wenn man älter wird, was ist denn das? Ich will nur mal eine Weggabelung kurz zitieren bei mir. Ich habe mal im Kempinski gearbeitet als Kellner und irgendwann sagte eine Dame zu mir, excuse me, can I have some matches? Ich sage, klar, kein Problem. It needs to be vorbereitet in the kitchen. Ein kleinen Moment dauert es nur. Und dann habe ich ihr irgendwann den Matches-Hering mit Kartoffeln gebracht. Sie wollte Streichhölzer. Matches. Und da habe ich gedacht, Frau Michaelis, es ist Zeit zu gehen, Englisch zu lernen. Und ich habe mich genau nächsten Tag in London beworben. Kennst du die Situation, wenn alles stehen bleibt und das Blut rückwärts läuft? Und zwar bei allen Teilnehmern am Tisch. Das war so eine Situation. Und ich dachte, du, ich bin ja immerhin der Refugee hier. Ich kann mir das leisten, weißt du. Ah ja, genau. Wer bin ich überhaupt? Genau, genau so bin ich. Eine Frage gestellt und 20 Schachtelsätze geantwortet. Aber es macht dich eben auch aus, ne? Das verrät ja nur viel über deine Tiefe. Ja, extrem tief. So richtig bis zum Erdinnerin. Extrem angewunden. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.